So, ein ganz herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Bei dem Campus, da geht es eben nicht nur darum, hier Gebäude und Arbeitsplätze hinzustellen. Es geht mir und uns um eine andere Art zu arbeiten, kurze Wege zu haben, viele Interaktionsflächen zu haben. Die Vorfreude ist riesig. Es hat Spaß gemacht mit dem ganzen Team und wir waren ein Team. Auf der einen Seite natürlich stolz, weil wir hier ein riesiges Projekt auf die Beine gestellt haben und umgesetzt haben. Auf der anderen Seite auch sehr viel freudige Erwartung, weil wir hier ein bestimmtes Konzept umsetzen. Und es wird natürlich interessant zu sehen, wie es dann funktioniert. Ich bin immer wieder begeistert. Ich habe ja deswegen Bauingenieurwesen studiert, um sozusagen aus Drecklöchern Lebensräume zu schaffen oder auch Arbeitswelten. Und das ist uns, glaube ich, hier ganz gut gelungen. Er fühlt einen selber, wenn man beteiligt war mit Sprolz und beglückt, wünscht eigentlich nur den Bauherrn. Ich hatte nie das Gefühl, ich komme von außen, dass ich eine externe Beraterin bin, um hier Brugger bei den baulichen Belangen zu beraten. Sondern ich war irgendwie ein Teil der Brugger-Familie und das hat es für mich so besonders gemacht, das Projekt. Aber während der Verhandlungen war es dann so, dass man ein gutes Gefühl bekommen hat. Es waren konstruktive Stimmungen, man hat ein gemeinsames Ziel, auf das hat man sich zubewegt. Und wir sind wirklich mit einem guten Gefühl raus. Auch die ganze Zusammenarbeit, Projektteam und so weiter war alles tip top. Wir haben die Dächer entsprechend mit Solarpanels gefüllt. Also was mich beeindruckt hat, ist zum Beispiel, dass wir erst anfangen müssen zu heizen, wenn die externe Temperatur unter 4 Grad fällt. Weil so lange ist das Gebäude im Prinzip selbst heizend. Und das ist natürlich schon wirklich eine tolle Leistung. Wir haben hier Stickstoff, wir haben hier Helium. Das sind so Medien, die sind bei uns gar nicht so präsent in der Baubranche. Die R&D ist sehr nahe zur Produktion, die Produktion ist nahe zu den Kunden. Es ist definitiv mehr als nur Beton und ein paar Fenster, die wir da eingebaut haben oder Flächen gebaut haben. Das ist definitiv ein Bekenntnis zum Standort hier in Deutschland. Ich glaube, wir werden merken, dass wir viel mehr sind, wie wir alle glauben. Weil wir uns jetzt einfach auch mal sehen werden mit diesem offenen Konzept. - Untertitelung. BR 2018